Herzlich Willkommen Leute zu einer weiteren fantastischen Runde GDR Online heute mit Anne, Friese, Judy, Krabs, Kunda, Nils, Sachse, Tautor, Liquid und Items. Hallo! Hallo! Heute nochmal Standardstrecken für unsere Anfänger in Anführungsstrichen, weil die Customstrecken sind ja schon ein bisschen krasser gewesen. Ne, die waren schon leicht. Was ist das für ein Bus? Ja, die Customstrecken waren ja schon wirklich manchmal tricky. Ja, alles klar, wer ist rot? Es gibt nur ein rotes Auto auf der Strecke. Crazy! Lass mich durch da. Was war das? War das Absicht? Verdächtig, he? Ich hab dich ganz leicht berührt, davon wär's aber nicht so. Haha, da komm ich von oben. Das sieht ja wieder klasse aus, so. Ja, meine auch. Es gibt nur einen roten Fahrzeug. Es gibt nur einen roten Wagen. Oh, oh. Wir gucken, ob ich jetzt hier einen abschießen kann im Looping. Die Map kenn ich. Ja, bis jetzt läuft's noch gut, ne? Ich hab den leichtesten Looping verkackt. Als wär ich jeder Praktikant. Als wär ich neu. Ich hab mich auch wieder weht. Gestern im Shooter gewonnen, heute im Rennspiel verloren. So muss es sein, Nils. Von ist ja wohl relativ. Ja, besser im Team, zweimal. Das ist für mich ein Sieg. Hey! Oha! Ich bin gar nicht Letzter, was los? Ich weiß, wer Letzter ist. Nein! 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 Hey! Wer muckt da von hinten? Holy Sh.. Oh, Anne. Jetzt sagst du, wir müssen Gas geben! Tja, Anne, das war echt, die Strafe kommt zu klein. Sachsen, glaube ich, fliegt sie weit. Anne, ich hole dich noch. Ja, der Proto, Sachsen, drück mich da rein! nicht mit windtaten bin soweit geflogen ja eben so mega strange ich kriege ich nicht anlegen willst die alle krankheiten dafür dass du die bekommst ich kann nicht kaputt gehen dankeschön hier rein da geht's lang super die röhren wieder ich hasse die du hast angefangen direkt in der aufdeck zieht gerade das wird aus dem spiel geflogen oder aus das spiegel oder von der strecke warum seht ihr das auch noch heute heimlich sterben man schon wieder raus diesmal ein schwarzer ich bin auch schwarz aber ich kann es wohl nicht sein wer lacht da waren es drei oder zwei runden ich hab's geschafft wie ging das kundran warum bist du erster wer ist platz eins und wo ist der grad kundran hat gewonnen er ist direkt vor mir ich hab den sprung nach dieser ja 180 grad walrider nehmen wir's walrider gemacht das ist im zweiten looping drin ist das der zweite ist ein checkpoint oben im looping leck mich fliegt man hier weiter das geht doch nicht mehr ich hab doch kein ich glaube zwar nicht gut habe ich dann auch gesehen ja ich bin auf fliegen ich habe wohl falsch gehört zu weit ich will ich bin nur am schlittern boom oh das war schön das war es nicht ja du musst du nehmen dass das so zu wenig geschwürdigkeit hat und das war schon besser ich habe keine ahnung wer es klar geworden ist holy shit das war ich schwörs wir haben bestimmt die identische zeit das muss die identische zeit sein das war also die definition von kopf an kopf ja ich wollte an strand ja wir lassen euch den vortritt wisst ihr was deine zeit irgendwer muss hinten den dreck weg machen das wird was leute ich starte mal als erstes ist ja interessant obwohl ich nicht host bin das war das war aber knapp hey wer kriegt mich gleich jetzt ich war es nicht kunden dran war es gescheuert ne das war crap was ich bin gegen den weg gekommen so ne coole map hier wuuu oh heikon dran wer ist denn hier der schubser das ist doch der sachse mit der passage kann ich nicht level 88 so ein stahlhelm so ein allen das war aber gar nicht so geplant nicht zu rammen wir waren einfach nur zu dritt da und haben uns alle angeditcht die map ist doch voll cool ich hab hier vier leute schon rausgehauen ich hab auch schon zwei rausgehauen ich bin ganz schön stolz auf mich ja ja hier würde ich ja keinen windschatten haben wollen Sachse wer gesagt oh da kommt der Sachse der Sachse war weggeflogen wir haben ihn gesehen oh shit oh snap oh snap ich hab keine ahnung jetzt war da schön drauf crap das ist ja lustig hier hohohoho ich sehe auf einmal einfach den Shut von Kunran das ist echt lustig hier kinders schiebt dir recht an röpf' hast du dich fahren verpasst ja hui nein 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 Kunran ja ich fahr doch nur ja Kunran du heißt bescheid oh yeah aufm Zug Nils du musst ja auch ein bisschen aufholen dann schubst du ihn runter Kunran hat viele Punkte Kunde hat viele Punkte Kunde hat viele Punkte Der Endgegner! Hey, schau dir das Video an! Ah! Ah! Glück im Unglück! Oh! Passiert, ne? Ja, aber wie? Ist der Zugunschutz? Scheiße! Wer fällt denn von dem Zug im Motorrad und fällt dann seitlich um? Hat's jemand gesehen? Oh, da landen vier Leute! Ja, da landen vier Leute! Vom Mars! Die Eier hier runter! Ja, und Krebs zum zweiten Mal! Alter, das gibt Rache! Das gibt Rache! Du hast mich zum zweiten Mal vor der Strecke geschoben! Hier ragen alle! Wuuu! Boah, die Elze hat jetzt aber noch mal Schwein! Der Bordstein aber Eingang verliert! Boah, aber du auch! Hallo, ey, das war auch die Kalle! Gute Ideen hier, Isola hat's nix gemacht! Du hast einfach random gebremst! Ich hab ja keinen Grund! So, nochmal das gleiche, ne? Meilen! Du wärst schon fast das Ziel, ey! Boah, hier ist aber ein spannendes Rennen gerade! Hier sind ein paar Leute! Hier sind ein paar Leute! Hey! Ist auch gut! Ist auch nicht über die Bäume da! Würde der Mensch, der vor mir war, kurz stehen bleiben! Jetzt keinen Windschatten kriegen, Leute! Wir sind schon, das ist kacke! Ich will jetzt keinen Windschatten! Wenn Windschatten dann fliegt! Nein, nein, du, nein! Warum gewinnt der wieder hier? Ja, hab ich's gern gemacht! Kein Problem, die ist! Boah, das wird vielleicht spannend auf den Zug! Zugbeste! Fuck! Das ist still! Nein, nein, nein! Ey, der Mensch vor mir bleibt mal stehen! Deine Brems nicht ist kaputt! Ich will das reparieren! Ach, komm schon! Ich muss dich wieder... So, jetzt hol ich mir Items! Schön, habt ihr Köpfe runtergeschlossen? Das ist gut! Aber das hat sich nicht runtergeschoben, oder? Ja, ich auch nicht! Jetzt könnt ihr schön vorne sein! Die letzten beiden Graden sind die wichtigen! Ja, das stimmt! Das stimmt! Das war mal ein Klassiker, ja! Das ist ne gute Map, ich kannte die noch gar nicht! Die ist echt voll nice! Oh, scheiße! Jetzt wird's interessant! Jetzt kommt's drauf! Ja, das ist richtig! Vielleicht lassen wir dich auch grad vorne fahren! Ich mach nicht wieder den Manus letztens... Den ich mit Manus gemacht habe und lasst euch dann vorne! Kann ich bei Beschleunigung euch einzufahren! Nice! Da ist das nicht geworden! Ja, ist vorbei! Kann nicht sein, dass er so weit ist! Ich bin jetzt doch nach rechts vergeschoben! Ey, jetzt war ja klar, dass es hier Strafe gibt, du! Scheiße, Nils! Was habt ihr denn da gemacht, Alter? Ich wollte auch noch mit Nils kämpfen! Ich hab's gesehen! Ja, schon nicht gewinnt! Ihr wart beide vor mir und dann auf einmal habt ihr so die Gräte gemacht... Es kommt Fax Gaming doch! Und Kuntras! Was? Faxen Gaming? Das ist krampft! Da hab ich... Ah, ah, ah! Der hat nen Arsch nach hinten! Nein, das kommt noch! Nein, 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 nein! Das ist schon wieder ein Kaum! Wieso ist eigentlich immer Julie diejenige, die man spektet hat? Weil ich immer die Letzte bin! Aber ich war ganz lange vor Items, okay? Naja, also... Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Also wenn du vor mir gewesen wärst, wärst du ja jetzt nicht hier drin! Ja, du hast mich dann überholt! Weil ich einen Fehler gemacht hab! Eintrums hat's noch nicht geschafft! Hast du einen anderen? Ich spiel ihn mal durchs Ziel! Ich spiel ihn mal durchs Ziel! Wo hat sie dich runtergerammt? Komm, wir warten gleich alle mal vor dem Ziel, dass Julie da ist! Ja, gell? Bitte! Das war jetzt knapp! Julie war ja fast da! Ja, ja! Ich werd besser, Kinder! Passt auf! Welche Farbe hat Freezy gewählt? Rot! Rot! Ne, glaub ich nicht! Doch! Freezy ist rot! Ich hab auch extra rot gewählt! Ja, ja! Ich bin ernst! Aber da vorne sind nochmal zwei! Da vorne, rechte Seite! Ja, doch! Ja, ja! Rechte Seite! In Sachsen zieh ich dir ab, ey! In der Gewaden! Oh! Oh! Shit! Oh! Das Straßenschild war so lieb! Alle drehen sich! Ihr Kackwürste da! Ich hab nichts rübergezogen, Alter! Alter, Dalu... Ja, was? Rache! Das war... Rache! Fahrt mal schneller, Leute! Ihr seid zu lahm! Dalu fragt auch auf der Straße! Denkt dran, jetzt kommt gleich die... Scheiße! Scheiße! Oh, Julie! Ich bin raus, Leute! Mensch! Jetzt kommt das Schlimme! Auf der kann willst du nicht gerammt werden! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das ist ja auch nicht schlecht! Da steht ja da im Tunnel! Oh, oh! Nicht schon wieder das! Oh, shit! Oh! 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 Was ist das denn, das ist denn eine Rute, ey. Oh, wie geil ist das denn? Hammergeil. Das heißt, da vorne sind nur die schlechten. No, 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 no. Oh, das war Klappe im Tunnel. Lol, wer flippt denn da durch die Regen dahinten? Verpflückt? Oh, das war nicht gut. Komm, nochmal drehen, Juli. Ja, komm schon, yes. Ganz normal dran vorbeigefahren. Ganz normal, da vorne kommt ne Kurve, deswegen kann man auch mir sorgen. Dom, wir können doch gewinnen, jetzt halte ich deiner Spur. Tautor, ich hab's dir schon mal vorgelassen, wir kriegen keinen Weg, ich hab... Bremsen! Sie ist voll an der Rampe vorbei eingeparkt, ey. Da tat echt weh. Alter, die Perspektive hier! Wer, wer, wer überholt mich da und kackt dann ab, weich? Jetzt hab ich auch ran gegangen! Was soll denn das? Ja, die Leckwohn im Auto ist immer, scheiße. Anne war das! Ja, dann musst du mal kaputt gehen. Dann bist du wieder fresh. Danke, du bombst mich rein in den Tischtennisball, was los? Komm, Anne, du kannst gewinnen, da sind nur noch zwei Kurven, wenn wir jetzt richtig fahren. Komm, Anne. Anne, ich setz auf dich! Immer gewinnen! Damit ist Platz 1 und 2 gesichert worden, gerade. Wieder mal. Was habt ihr gemacht? Anne rammt alle! Nicht, dass sie nicht mehr weiter fahren können. Fahr da lang, auch wenn, dann kommen ihr ein Auto entgegen. Die möchte einmal oder noch zwei sein. Achso, okay. Anschieben, anschieben, anschieben! Oh, da vorne. Da vorne kann ich überholen, wenn ich schmutzig fahr. Ich fahr mal nicht schmutzig. Immer schmutzig fahr. Das gefällt der Anne. Schmutzig ist das neue Orange, oder was? Ist das neue Kacksmiley. Hui! Hui! Ach, Sekunden! Komm schon! Ey, wenn die Strecke eine Sekunde länger gewesen wäre. Ihr dürft nicht fertig sein. Was soll denn das? Das ist nicht fair. Alter, wie soll man denn da... Was ist das? Ich hab leider den Windschatten super spät erst wieder bekommen. Er ist unter der Geraden. Leider zu spät. Ja, ja, ja! Oh mein Gott! 4, 2, 3... Nein, nein! Komm schon! Was denn? Ich find's gut! Stolz! Hast du das noch geschafft? ich sag's dir noch überholt oder nicht weil ich gleichzeitig drauf du bist vor weil ich habe abgebrennt wie du hast ja ich will ja mein gewinnt der tau da hat gewonnen ich bin auf die zeit gespannt hat die ersten vier alle 35 35 die ersten vier damit ist der erste part zu ende von dieser session lasst ein like wenn es euch gefallen wir sehen uns beim nächsten mal wieder macht's gut bis dahin und tschau war das knapp ein renn mitgefahrt und überholt perfekt julia hat einen punkt und sie hat's geschafft ja eben voll geil ich fahr ja jetzt